Herbei, ihr Leute! Herbei! Wieso? Was ist los? Seht und staunet über meine prallen Melonen! Äh, nein. Was hast du für mich zu tun? Kauft eine Elle meines guten Stoffs und ihr erhaltet eine weitere Elle dazu! Vernünftige Einstellung. Lass uns handeln. Hier, Schinken. Ich hab dein Gold nicht. Gib mir Gold. Schützt euren sauer verdienten Groschen in einer meiner Geldkatzen. Wie meinst du das? Erwerbt ein Fläschchen Heilwasser. Du meinst, sie töten. Direkt aus Santiago de Compostela. Schönheit ist kein Hexenwerk. Mach ich. Und wie mach ich das? Genau. Wo ist mein Gold? Gut. Wo ist der Tempel? Er ist groß und dick. Hast du ihn gesehen?